Bei aller Liebe, was Sie immer einsparen wollen, wir haben 2,1 Billionen Staatsschulden. Wissen Sie, was das für eine Menge ist? Wissen Sie, was das bedeutet? Seit wann wird das? Das bedeutet, dass wir seit der Stunde Null, seit Christi Geburt, vor über 2000 Jahren, Tag für Tag, jeden Tag, fast 3 Millionen Euro verbraten mussten, um überhaupt auf diesen Schuldenberg heute zu kommen. Das ist so eigentlich verrückt, vor allem wenn man sich überlegt, dass die damals noch gar kein Euro hatten. Aber andererseits heißt doch diese Berechnung, wenn wir ab sofort jetzt tagtäglich 3 Millionen Euro dilden, dann wären wir ja praktisch schuldenfrei im Jahr 4024. Du darfst die Rechnung nie ohne die Zinsen machen. Ja gut, Zinsen noch drauf, dann sind wir schuldenfrei im Jahr 5024 oder 6024 oder 7024, das ist ja der Wahnsinn. Daran sieht man doch, das ist doch alles Betrug, das kann doch gar nichts mehr werden, das ist doch kein Neuanfang. Da müssen wir doch mal ganz anders... Hören Sie mal!